Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomenen. Die Bevölkerung auf ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Geologen berichten von... V.S. Credits. ... im pazifischen Feuerring. Der Nord-Osten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriken. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus. Während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Strom... Was ist das mit TASMEN? Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivitäten... Oh nein, das ist ja nicht der Welt. Aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schleppste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Blattende. Soll ich da? Die Welt ist gerettet. Ist sie gerettet? Du hast dein Rollen gespielt? Aber nun... Nun ist es an der Zeit, dass ich die Mai gespielt. Was heißt das? Wie? Was für eine... Was hat das mir jetzt getan? Hä? Also die Welt ist gerettet. Das habe ich verstanden, aber... War es Unity böse oder... Hat Minerva gelogen? Und das hat mich... Fuck... Na nein, Desmond darf nicht tot sein. Welche Rolle meint Juno jetzt? Uff, selbst am Ende der Geschichte gibt so ein Cliffhanger Ende. Nein, ich muss mal warten, was jetzt passiert. Shit, Asmund. Na gut, die Credits sind hier. Wenn die jetzt laufen, mache ich wohl irgendwie eine Zusammenfassung des Spiels oder irgendwie mein Feedback dazu. Was soll ich anfangen? Was soll ich anfangen? Ein wütiger Nachfolger zum zweiten Teil, zu Revelations. Connor ist eine geile Figur. Eine schöne Ergänzung zum Bofan-Trio, wie man es so nennt. Ähm... Pfff... Ja... Sehr schön, dass Desmond seine Zeit bekommen hat, um sich zu beweisen. Wenn auch nur kurz. Und... Ja, im Fall, dass jetzt ein Abschluss ist für die Geschichte, weiß ich nicht. Ob jetzt da noch was kommt. Was für eine Rolle Juno meinte. Und auf die anderen Fragen alle geklärt werden, die 16 uns aufgegeben hat. Ob Desmond jetzt einen Sohn bekommen soll, oder... Wer Eva ist. Was jetzt aus den Tempeln wird, was aus den Assassinen wird. Ja... Ja... Und... Ich bin schon gleich zur Story gegangen. Zum Spiel selbst, äh... Ja... Es fühlt sich sehr neu an. Also, gar nicht wie die alten Teile. Es ist wirklich ein neues Assassin's Creed Spiel. Und... Weil mich ein paar kleine Sachen gestört haben. Bloß im Ganzen ein sehr tolles Spiel. Die Städte... Fand ich jetzt an sich nicht so toll wie in den Vorgängern. Ich weiß nicht, die waren überhaupt nicht irgendwie... Keine Ahnung... Speziell. Dafür war die Wildnis sehr sehr interessant. Und äh... Ich werde... In meinem nächsten... Round, sag ich jetzt mal, wenn ich es wieder spiele. Wirklich komplett durchgehen. Alles... Schön... Durchspielen. Das hier war... Letztendlich mehr für die Story. Ich bin jetzt auch mehr durchgerusht, weil ich es wirklich... Das Ende sehen wollte. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich es jetzt wirklich sehen will. Und... Ja, was kann ich noch sagen? Die Musik ist wundervoll. Auch wenn der alte, äh... Composer nicht mehr dabei ist. Die Graphics sieht toll aus. Ein paar Glitches waren dabei, aber Sven... Ja, so... Ohne, weiß nicht, Ubisoft. Und... Ich habe gehört, dass nach den Credits noch ein bisschen mehr was ist. Deswegen warten wir jetzt ab. Und... Ja... Ich habe mir gewünscht, dass Desmond ein bisschen mehr Zeit bekommt. An sich wäre es mir lieber gewesen, hätte er ein ganzes Spiel für sich bekommen. Ich hätte auf Connor verzichten können, wenn es für Desmond wäre. Ähm... Ein bisschen Hintergrundwissen haben. Die verstehen das. Deswegen finde ich es übel schade, dass er so... Wie gesagt, jetzt war Bill, ich einfach gestorben ist und nicht irgendwas geliefert hat. Ähm... Ja gut, Abstergo hat auch eine übelst kleine Rolle. Und... Ja gut, dass Widdig einfach so gestorben ist, ist an sich okay. Ähm... Dass der Obertemplar Alan Ricken nicht zu sehen war, hat mich auch verwundert. Aber... Und ähm... Was fehlt da noch? Das... Das... Das ist eigentlich okay. Es ist... Desmonds gameplay war sehr geil. War wirklich schön in Campen zu sehen. Ja, was Desmond angeht... Ich habe keine Ahnung. Ich meine... Wenn er tot ist... Womit ich gerechnet habe eine Zeit lang... Kann ich es verstehen. Es war... Meinen Helden tot zu sterben war eigentlich nicht der beste Tod, den er kriegen kann. Trotzdem finde ich es unglaublich schade. Weil er... War so gesehen mein Lieblingscharakter der Serie. Er war die Hauptfigur. Und jetzt kam er... War ausgebildet. Ist er gestorben. Und fünf Jahre lang habe ich verfolgt wie er aufwachsen. Es steht jetzt einfach drauf. Aber gut, da hat er seinen schönen Auftritt. Und... Ja, das Schlimme war ja... Desmond konnte nur verlieren. Wenn er... Wenn Juna eine Verräterin war. Was ich ihr zutrabe. Ich habe sie von Anfang an gehasst. Ich mochte sie nie. Dann hatte Minerva recht, dass wir an sich die Zeit vergeudet haben. Mit diesem stummen Krieg. Assassinen gegen Templer. Nur um die Eden später zu kriegen. Und... Ja... So gesehen hat er gar nichts gebracht. Und Desmond hat eigentlich... Ja... Die anderen gerettet. Wobei... Ja... Weil an sich hätte ich die Wahl gehabt. Ich wäre... Glaub ich... Ich weiß nicht. Ich hätte vielleicht in Minerva geglaubt. Eine neue Weltanzufall wäre gar nicht schlecht gewesen. Ein tolles Dänisch mit Foss. Und ähm... Ja... Ja... Volker Wolf. Na ja gut... Ähm... Ja wie gesagt... Ich... Ich... Keine Ahnung... Minerva Seite kam irgendwie... Irgendwie besser. Ich weiss jetzt nicht ob... Ob Juna wirklich die Böse war, aber... Was ist jetzt passiert wo jetzt wo sie frei ist so gesehen? Ah ja ganz nebenbei... Blöd dass Minerva Sprechen getauscht wurde ganz nebenbei. Ähm... Ja... So... Ja... An sich wusste ich es... Dass er sterben würde. An sich... An sich war's klar. Es ist halt die Frage was die anderen getan haben oder tun werden oder was jetzt eigentlich an sich passiert. Ob Ubisoft die Story hier weitersetzt oder einfach... Weil... Weiterspiele wird es geben. Das ist klar. Aber... Aber irgendwie... Ich fände das jetzt mit der Story... Also wenn... Gut... Wenn das jetzt weg ist können sie mit jemandem neuen anfangen. Wenn sie die gleiche... Das gleiche Schema verwenden. Aber... Hm... Also ich schade... Schade dass... Im letzten Teil... Ich hab mir irgendwie mehr so... Erste Action und äh... Erste... Zivilisation erhofft. Und... Ja... Es ist an sich ziemlich teilig wie man überlegt dass... An sich gab... Ich weiss nicht wann Minerva die Hoffnung aufgegeben hat aber... Ja... Alle... Alle Vorfahren von... 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 Äh... 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 Ich weiss nicht ob... Ob jetzt Aquilus was damit zu tun hat oder nicht... Aber Altair, Ezio... Und Connor... Die waren eigentlich da um Desmond zu leiten... Zu führen... Und quasi die Hoffnung zu übertragen... Jetzt ist halt die Frage waren wir diese Hoffnung eh nutzlos... Ob... Ob Ezio schon an sich völlig... Nutzlos war... Ja die Welt konnte man eh... Die... Die konnte man eh nicht mehr retten anscheinend... Also nicht so wie es an sich geplant war... Ich verstehe halt nicht dass... Der... Der Plan der ersten Zivilisation war ursprünglich... Äh... Ihre Rasse wieder zu erleben... Also wieder... Aufzubauen... Und da war Desmond... Ein Teil... Wenn der jetzt weg ist... Dann war es eigentlich umsonst was die da geplant haben... Toll... Solche Götter sind immer Trolls... Götter, Ausländische, egal... Alle alles Trolls... Die nächste Zivilisation... Alle alles Troll... Ja... Ähm... Ja... Zur Story... Im allgemeinen... Dazu werde ich später... Wenn wir nicht ein eigenes Video machen... Aber... Wie gesagt... Ich halte die Story von Assassin's Creed... Für eine der besten Storys überhaupt... Oder zumindest eine der... Originalsten... Und... Äh... Ja... Hab seit Teil 2... Übelst... Äh... Aufmerksam verfolgt... Und... Nachgeschaut... Und recherchiert... Und so... Es war einfach unglaublich interessant... Und... Allgemein... Alles an... An den Spielen ist sehr gut durchdacht... Und die Charaktere sind sehr... Äh... Interessant... Äh... 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 Ähm... Das Leben von Ezio war übelst interessant... Und wurde übelst schön aufgebaut... Aber halt hier... Und Connor... Und Desmond... Und... Clay... Cross... Aquilus... Äh... Äh... Oralov... Und 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 und... 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 Wie viele Menschen aber an... 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 An dem Spiel gearbeitet? Ja, ähm... Lieblingsstelle im Spiel? Genau... Ähm... Was war meine Lieblingsstelle im Spiel? Einer Ansicht... Die... Die Desmond Parts... Ähm... Desmond Parts... Und... Bei Connor weiß ich jetzt gar nicht... Was da eigentlich... Was da eigentlich... Gut, jetzt wo ich die Musik höre, die Maritimen Missionen waren cool. Aber was war? Was war eigentlich? Ich kann mich ehrlich zu ehrlich an die einzelnen Sequenzen erinnern. Voll traurig irgendwie. Aber der Schluss war nicht schlecht. Schön dramatisch. Und, ähm. Es war noch gut, es war noch gut, es war noch gut. Ich habe keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen. Ich muss allgemein aber sagen, was mich übelst gestört hat, war diese übelst lange Aufbauzeit von Connor. Also, erst mal drei Sequenzen lang helfen. Und dann zwei Sequenzen lang Connor. Und er ist sie mir ab Sequenz 6 oder 7, wenn es eigentlich richtig los ging, dann wurde die ganze Story übelst zusammengequetscht. Also, alle Ziele, diese, man glaube ich, fünf Personen, wurden eigentlich übelst eingequetscht. Aber es ging ziemlich schnell. Ich habe es halt versucht, also ich vergleiche es halt nicht mit dem Herzensspiel 2 und dann war das halt übelst in die Länge gezogen. Aber ja gut. Connor hatte ich nicht so viel Zeit beansprucht wie Ezio. Dafür hat Desmond mehr Zeit. Und jetzt wird die Musik wieder wäppig. Und ähm. Spielzeit 20, 20 Stunden etwa. Und das bei nur knapp 60 Prozent des Spiels. Also, Nade Mission und so habe ich ja nicht alle gemacht und 100 Prozent Ding auch nicht. Also, ist dann auch eine Menge rauszuholen. Aber die Kredits dauern länger als die von Splinter, so. Und ähm. Pfff. Äh, hä, hä, hä. Boah, so irgendwas wollte ich sonst sagen. Ah, ich habe gedacht, man würde kurz Evelyn sehen. Aus dem, aus Assassin's Creed Liberation. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ähm, aber ich weiß, dass man Connor dort sehen wird. Deswegen eigentlich seltsam, dass man sie nicht gesehen wird. Aber ja, Connor müsste an sich jetzt noch ein Ende bekommen. Und nach den Kredits, soweit ich das weiß, müsste noch irgendwas mit ihm jetzt kommen. Sein Abschluss. Und eine Fortsetzung. Weil an sich seine Erinnerungen sind noch nicht vorbei. Und. Ja. Motorplay, keine Ahnung, habe ich nicht gezeigt. Oh Gott, die Musik. Äh. Habe ich es bestimmt auch ganz toll. Ja. Eigentlich habe ich nicht mehr zu sagen. Ich warte, bis die Kredits vorbei sind. Wenn mir das einfällt, dann. Warte mal, was passiert. Und ob Juni jetzt noch irgendwas macht. Und wenn nicht, dann. Dammit. Aber so gesehen, also, ich sage jetzt mal, ein gutes Ende. Bin jetzt nicht irgendwie enttäuscht. Oder pisse ich auf Ubisoft. Habe ich halt nicht das Recht dazu. Das ist ihre Geschichte. Sie entscheiden das Ende und dann müssen sich alle halten. Finde ich jedenfalls. Jedenfalls mal ein Ende. Also. Ich habe mit Filmen gerechnet, aber nicht damit. Also. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass. Dass. Die Hoffnung gar nicht mehr da war. Dass es völlig zwecklos war. Und dass Juno Igimi. Böse sein könnte. Ich mochte sie nicht, aber das habe ich nicht erwartet. Deswegen. Nicht schlecht, dass Ubisoft das geschafft hat. Weil. Wieder muss ich sagen, ich habe viele Sachen predikten können, die passiert sind. Ich sage, zwei neuen predikten haben und das ist passiert. Ein paar Sachen wiederum nicht. So habe ich gedacht, dass Desmond einen tragbaren Animus haben wird. Und so mit dem hin und her switchen zu können. Das ist nicht passiert. Ich habe gedacht, dass Clay eine größere Rolle spielen wird. Naja. So ein fuck wichtig war. Früher. Und ich habe gedacht, dass Cross. Ich habe gedacht, dass Cross Desmonds Vater töten wird. Weil er auf Desmonds Vater angesetzt wurde. Stattdessen wurde ziemlich jämmerlich dargestellt. Aber was soll's. Und dann habe ich gedacht, dass man Alan Ricken bekämpft. Dass man eh versucht. Also ein paar Sachen habe ich schon falsch kalkuliert. Naja. Aber viel, viele Menschen möchten sich noch bedanken. Was kann ich noch sagen? Wenn ich jetzt sagen müsste, welches ist jetzt das Beste der Teile? Ich würde eigentlich schon zu S3 gehen. Wobei ich muss sagen, S3 war das Spiel, das mich am meisten geflasht hat. Aber das Ende war halt übelst der Mindfuck. Aber ich denke schon, dass Teil 3 eigentlich ist. Das ist schon ein bisschen besser. Das ist eigentlich doch ein guter Abschluss. Das ist mir das Mesten mit Teil 2. Teil 3, Teil 2, Revelations, Brotherhood Teil 1. Würde ich jetzt sagen. Weil Teil 1 halt übelst langweilig war vom Gameplay her. Und Brotherhood war auch ziemlich lame. Dafür war Revelations an sich ziemlich geil. Aber Teil 2 und Teile sind die besten Teile. So, der Kreuz geht langsam Richtung Ende. Keine gute Teil bleibt ungestraft. Okay.